Ja, hallo, ich bin Dagmar Hanses und ich bin die jugendpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in NRW. Ja, und wenn ihr mich fragt, was habe ich beim Sport gelernt, dann gibt es ganz viel, was ich da aufzählen könnte. Selbstverständlich durchzuhalten, das kann ich hier gut gebrauchen, wenn es mal länger dauert, nicht so schnell aufzugeben, auch nach Niederlagen aufzustehen und weiterzumachen, in einem bunten Team zu arbeiten, auf ein gemeinsames Ziel hin. Das sind so viele Sachen, die man im Sport lernen kann und deshalb kann ich sagen, das habe ich beim Sport gelernt.